Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Jagdmister X. Ich möchte mit euch die erste Aufgabe der ersten Stufe für die Klasse 3 der 63. Mathematik-Olympiade, also der Mathe-Olympiade 2024, lösen. Ein Buchstabe steht für eine Zahl. Dabei sind für gleiche Buchstaben gleiche Zahlen einzusetzen. Finde für die Buchstaben die entsprechenden Zahlen. Und dann seht ihr hier die Aufgabenteile A, B und C. Und ich würde euch empfehlen, haltet zunächst einmal das Video an, löst die Aufgaben selbst und dann sehen wir uns gleich wieder und vergleichen unsere Lösungen. Also viel Spaß und bis gleich! Schauen wir uns einmal die Rechnungen für den Aufgabenteil A an. Und uns fällt dabei auf, dass wir in einer Rechnung nur einen Buchstaben haben und in zwei Rechnungen kommen zwei Buchstaben oder sogar drei Buchstaben vor. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, dass wir zunächst mit einer Rechnung starten, wo nur ein Buchstabe vorkommt. Weil nur dann können wir diesen Buchstaben berechnen. Und somit ist klar, dass wir mit der ersten Rechnung, oder wie die Mathematiker auch sagen, mit der ersten Gleichung beginnen. 30 plus A ergibt 40. Und vermutlich haben die meisten von euch überlegt, naja, wie viel fehlt denn von 30 bis zu 40? Da fehlen 10. Denn 30 plus 10 ergibt 40. Und damit haben wir schon herausgefunden, dass der Buchstabe A für die Zahl 10 steht. Vielleicht haben aber einige von euch auch die sogenannte Umkehraufgabe gelöst. Das heißt, wir haben hier eine Plusaufgabe, eine Additionsaufgabe. Und die Umkehraufgabe ist eine Minusaufgabe, eine Subtraktionsaufgabe. Das heißt, wir können A auch berechnen, indem wir 40 minus 30 rechnen. Und ihr seht, da kommt natürlich auch 10 heraus. Die nächste Idee ist, dass wir jetzt, wo wir wissen, dass A für die Zahl 10 steht, überall, wo ein A vorkommt, uns die 10 aufschreiben. Und dann suchen wir uns wieder eine Rechnung, wo nur ein Buchstabe steht oder ein Buchstabe noch unbekannt ist. Und das wäre beispielsweise hier. Und 40 plus 10 ergibt 50. Damit wissen wir sofort, dass B für die Zahl 50 steht. Wir tragen hier für B wieder 50 ein und können jetzt auch C berechnen. Denn C ist 50 mal 10. Und immer wenn wir mit 10 multiplizieren, müssen wir hier einfach nur eine 0 anhängen. Das heißt, C steht für die Zahl 500. Das war er schon, unser erster Aufgabenteil. Kommen wir zum Aufgabenteil B. R mal S ist gleich T. R plus S ist gleich 10. Und R minus S ist gleich 4. Wählt euch etwas auf. In jeder Rechnung sind jetzt immer mindestens zwei Buchstaben unbekannt. Das heißt, unsere Strategie, suche zunächst eine Rechnung mit nur einer Unbekannten, funktioniert jetzt nicht. Wir müssen uns also etwas anderes einfallen lassen. Und ich denke, es gibt hier zwei sehr, sehr schöne Lösungsideen. Und ich möchte euch gerne beide zeigen. Bei der ersten verwenden wir einen Zahlenstrahl. Den habe ich hier schon einmal aufgezeichnet. Und wir betrachten zunächst einmal nur die unteren beiden Rechnungen. Und ihr seht, R plus S ist gleich 10. Das heißt, wir addieren zu R etwas hinzu, erhalten dann 10. Oder wir subtrahieren von R etwas und erhalten 4. Insofern muss R jetzt hier so in der Mitte stehen. Und dann, wenn wir plus S rechnen, dann erhalten wir 10. Und wenn wir S subtrahieren, dann erhalten wir 4. Merkt ihr etwas? Dadurch, dass wir plus S rechnen und minus S rechnen, muss R genau in der Mitte stehen. Genau in der Mitte zwischen 4 und 10. Jetzt kann man so ein klein bisschen überlegen, welche Zahl steht in der Mitte zwischen 4 und 10. Und dann hat man schon die Lösung. Oder man kann das sogar berechnen. Denn wir berechnen hier letztendlich den sogenannten Mittelwert. Und dazu müssen wir diese beiden Zahlen plus rechnen, addieren. Und das Ergebnis dann durch zwei teilen. Also wir können sagen, dass wir R erhalten, indem wir 4 plus 10 rechnen und das Ergebnis, darum müssen wir hier eine Klammer setzen, durch zwei teilen. Und dann haben wir 4 plus 10, das sind 14, und geteilt durch 2, das ergibt 7. Aber wie gesagt, das konnte man sich auch so durch probieren überlegen. Und damit, wie gesagt, wissen wir jetzt auch, dass R für die Zahl 7 steht. Damit kriegen wir jetzt auch ganz schnell heraus, für welche Zahl S steht. Denn wenn R 7 ist, dann überlegen wir 7 plus welche Zahl ergibt 10? 3. Oder wir können auch wieder die Umkehraufgabe lösen. 10 minus 7 und würden dann für S ebenfalls 3 erhalten. Und jetzt tragen wir die Zahlen für R und S in unserer ersten Gleichung ein. Mit dieser haben wir bisher noch nicht gearbeitet und können dann das T berechnen. Also 7 mal 3, das sind 21. Und damit kennen wir auch die Lösung für T. Die zweite Lösungsidee, die ist für die Profis unter euch. Und zwar betrachten wir auch hierzu wieder zunächst die beiden unteren Gleichungen oder die unteren beiden Rechnungen. Und man kann solche Rechnungen auch einfach addieren. So ähnlich wie wir schriftlich addieren. Das heißt, wir rechnen zunächst die beiden linken Seiten plus und dann die beiden rechten Seiten plus. Beginnen wir einmal mit den linken Seiten. Dann haben wir hier R plus R. Also ein R und dann noch ein R. Das sind zwei R. Und dann haben wir noch plus S minus S. Das heißt, wir haben S und davon nehmen wir S weg. Ja, guckt mal. 4 minus 4. 5 minus 5. 6 minus 6. Merkt ihr etwas? Da kommt immer 0 heraus. Das heißt, auf der linken Seite bleibt tatsächlich einfach nur zwei R. Da plus S minus S 0 ergibt. Und dann, wenn wir die rechten Seiten noch addieren, 10 plus 4, dann erhalten wir 14. Und damit haben wir eine neue Rechnung bekommen. Nämlich 2 mal R ist gleich 14. Und in dieser Rechnung ist jetzt nur noch ein Buchstabe unbekannt. Das heißt, wir können diesen berechnen. Das Doppelte von R ist 14. Das bedeutet also, wir müssen 14 durch 2 teilen, um R zu erhalten. Und das ergibt 7. Hält euch etwas auf? Auch hier hatten wir die Idee mit der 14 und dann geteilt durch 2. Nur zwei verschiedene Herangehensweisen. Hier haben wir einen Zahlenstrahl genutzt. Und hier haben wir letztendlich die beiden Rechnungen oder die beiden Gleichungen addiert. Jetzt, wo wir wissen, dass dann eher 7 ist, könnte man dann wieder S und T berechnen. Was wir hier nicht noch mal machen, weil das haben wir ja schon bei der ersten Lösungsidee getan. So, dann kommen wir zum Aufgabenteil C. Hier haben wir so ein Rechenviereck. Und wenn ihr euch dieses mal anschaut, dann haben wir Rechnung entlang einer Zeile. Genau drei Stück. Und wir haben Rechnung entlang dreier Spalten. Die Vorgehensweise ist hier genau die gleiche. Das heißt, wir suchen uns zunächst eine Rechnung, wo nur ein Buchstabe unbekannt ist. Und da können wir gleich hier oben anfangen. 7 plus E ist gleich 12. Von 7 bis zur 12 fehlen 5. Das heißt, E muss für die Zahl 5 stehen. Denn 7 plus 5 ergibt 12. Jetzt können wir überall, wo ein E steht, wieder die 5 eintragen. Und mal schauen, ob wir irgendeine Rechnung finden, wo wieder nur ein Buchstabe unbekannt ist. Hier können wir mal eine Probe machen. 12 minus 5 ergibt tatsächlich 7. Also unser E scheint zu stimmen. Wenn wir uns die zweite Spalte einmal anschauen, 5 minus F ergibt 3. Na klar, dann muss F 2 sein. Denn 5 minus 2 ergibt 3. Auch hier können wir jetzt noch einmal eine Probe machen. 3 plus 2 ergibt 5. Das passt also auch. Und dann fehlt jetzt nur noch unser G. Und dazu schauen wir uns einmal die erste Spalte an. 7 mal 3. Ganz klar. G steht für die Zahl 21. Und dann können wir hier noch einmal die Probe machen. 21 geteilt durch 3. Das ergibt tatsächlich 7. Können wir uns also ganz sicher sein, dass wir das richtig gemacht haben. So meine Lieben, das waren die drei Aufgabenteile für die erste Aufgabe der 63. Mathe-Olympiade. Alles Gute, alles Liebe. Euer Jack Mr. X. jeder月. Nein, nein.